Ego. Wir alle haben es. Wie wir damit umgehen, beeinflusst aber maßgeblich, wie viel Kontrolle wir über unser Leben haben. Es bestimmt auch, wie wir im Leben, in unseren Beziehungen und insbesondere mit unseren Papageien und Sittichen klarkommen. Vielleicht hast du schon mal den Spruch gehört, Ego gets in the way of good business. Also in etwa, Ego kommt guten Geschäften in die Quere. Wobei Geschäfte nicht unbedingt immer Geschäftliches sein müssen. Geschäfte können in diesem Zusammenhang auch Beziehungen sein, Fähigkeiten, die du erlernen möchtest oder auch einfach dein Potenzial. Die ganze Folge kannst du auf podcast.dievogelschule.com anhören. Ich möchte heute mit dem Ego...